Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Multiplay Swiss Special. Heute spielen wir Warfunder und dabei haben wir hier Interceptor. Hoi! Hoi zusammen! Jetzt muss ich gerade mal irgendwie die Musikleise machen, die wir hier haben. Kriege ich das jetzt noch hin? So glaube ich nicht. Nein. Okay. Jetzt wenn du bereit bist, drückst du. Bereit. Moment, schnell, nicht vor. Nein. Einbauen, Mensch. Nicht ausbauen. Was? Ich habe hier noch eine andere Modifikationen gemacht. Ihr verstanden das Spiel noch nicht wirklich, aber ist okay. Bei der Forschung kannst du Flugzeuge auswählen zum Forschen und so kannst du dann immer mehr Flugzeuge haben. Bessere Flugzeuge, weisst du? Ja. Oder auch das, was du jetzt hast. Vielleicht kannst du modifizieren, kannst du auch schneller machen natürlich mit so Tuning-Sachen, weisst du? Und jedes Mal, wenn du die Kampfschalt bekommst, bekommst du Punkte und die Punkte gehen nachher in die Forschung hinein. Äh, ja. Ähnlich wie bei... War... wie heisst das Game? War... ähm... Tank Wars? Nein, irgendwie so. Also von mir aus quasi. Also gut, dann muss ich sagen, ich nehme mal ein anderes Flugzeug schnell, dass du noch so und ab in die Schlacht. Wir hoffen, dass wir nicht so lange Wartezeiten haben. Jetzt geht es eigentlich immer recht schnell. Vorher, wenn ich Singleplay gehabt habe, ist mir nicht so schnell vorgegangen. Ja. Ja. Circa 5 Minuten durfte ich warten. Ja. Ja, wirst du sehen, es sind recht viele. Also schau mal, 1300 Schlachten, 1380 Schlachten, die laufen online 55.000. Wo hast du 1300? Oben links ist ein Hauptbildschirm, siehst du online 55.000. 385 Schlachten, 1300 Schlachten, 3350 Schlachten. Mal auf einen Moment. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es gesehen. Hier kommt die F-36. Was? 336? F-36 kommt jetzt. Das Fahrt war ein Paffelok, ein Sox F2A 1, das war sehr gut. Das ist ein guter Flieger, den würde man mal kaufen, wenn ich die war. Also mit den Punkten später mal, das ist gut. Wenn man in Fahrt hatte. Also, wir warten immer noch. Mhm. Also, spielt die in Demo gut, wenn du noch Kaffee trinkst, startest du mal Schlachtbeater, dann kannst du Kaffee trinken, für das Gipfeli essen. Mhm, ja. Jetzt, top, jetzt geht's schon los. Das ist da, die feindlichen Flugzeuge und Bodentruppen. Jawohl, machen wir. Was ist das, was sie fährt? Hätet ihr die abgeschlossen oder andere, oder wie? Ja, nein, ja, ich weiss das auch nicht. Ach, ich meine, ich glaube, ich bin zu langsam gesehen, dass ich dann... Ich weiss das auch nicht. Ich weiss das nicht. Manchmal stürzt sich etwas, das man da hat und die fragt mich warum. Okay, also Heizung einschalten, wir haben Schnee. Heizung einschalten, wo ich jetzt Heizung habe. So, also, ich bin wieder da. Du bist 0,03 Kilometer von mir weg. Ah ja, du bist rechts von mir. Also. Also, starten wir. Ja, starten wir. Drei, zwei, eins, und voll Gas. Äh, Bodenziele wäre gut, wenn es so Artillerie und Haupitzen, Panzerhaupitzen, Flaggen, so Sachen, die können wir angreifen, mit unseren Waffen. Ja, mit deinen Waffen, ja. Ja, du mit deinen auch. Ich habe nur Maschinen gegangen, gell? Ja, das macht nichts, das geht. Einfach, was wir nicht killen können, ist nicht Panzer und solche Sachen. So. So. Ich fliege jetzt schon mal voraus und ich fliege dann ein bisschen hinten nach. Guter Witz. Gute Witz, liebe Kollege. Ich glaube 2000 war eine gute Höhe. Das war sehr gute Höhe, ja. Dort hinter dir. Ich probiere mal, ob ich so ganz nah zu dir komme. Gut, bleib einfach mal ruhig, oder? Ich komme gleich rechts von dir. Ich probiere es mal, so nah wie möglich zu kommen. Ich probiere, dass du ein geiles Screenshot machen kannst. So. Okay. Ja, das hat ein Screenshot gegeben. Jetzt bremst du sie ab. Ja. Ja, man sieht doch ganz gut. Wieder durch. Nein, das Flugzeug ist einiges besser im Griff als ich, muss ich sagen. Also los, jetzt würde ich sagen, dreimal langsam richtig feind, oder? Ja. Ja. Und dann leicht steigen auf 2000 auf. Ja. Guter Vorschlag. Jawohl. Ich bin dran. Nicht so schnell wie du. Und äh... Ja. Ja. Ich breche es ein wenig ab. Ich gehe auf den Oskar Ops. Okay. Also nehmen wir ins Visier mal. Da würde ich sagen, also steigen wir mal ab. Dann bleiben wir bei ihm, würde ich sagen, näher von ihm, von links. Dann gehen wir ein wenig über. Steigen langsam, he? Ja. Ich würde sagen, 2500. Jetzt. Weil der ist auch schon auf 2000. Dass wir unseren Hörvorteil behalten können. Ja. Äh... Reisen langsam ab. Sparen wir ihn? Jetzt habe ich ihn 2,5, he? 2,5 bin ich. Ja. Ich bin ja noch mal bei 2. Das kommt in unsere Richtung. Ich dreise ihn gerade ab. Okay. Ich gehe runter. Ich hole ihn. Also probiere ihn zu holen. Komm. Kommst du mit? Ja, ja. Wenn ich gerade aus den Augen verloren habe. Ja, der ist abgestürzt. Der ist weg. Der nächste ist runter. Da rechts neben uns. Rechts vorne. Der ist auch schon weg. Gut. Auch schon weg. Okay. Links. Warte, bring einen. Links? Ja. Warte schon, warte schon. Ja, ja. So. Warte schon. Warte schon. Warte schon. Reiko. Reiko 75. Reiko. Ja, das ist auch wie wir malen. Komm mal ein bisschen hoch. Gut. Ja, 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 ja. Ich bin dran. Mhm. Schön langsam. Da. Ich kann sein, dass er gerade im Sturz von zu dir kommt. Ja, du tust links von dir, hast du noch mal einen ein bisschen höher, gell? Ja, ja. Du hörst fisch. Auf den kannst du aufpassen, dass er dann die Angriffen hat. Ja. Du sollst dreimal ab zum Braken, oder? Dann schon wieder runter. Nase runter. Ja. Nicht so runter. Ei, 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 ei. Die Turbulenzen hier. Jetzt bin ich in die Wolken drin. Ei, 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 ei. Flugzeug, bleib still. Jetzt fliegt man jetzt gerade hinten nach, am anderen. Ja, ich habe gerade ziemlich andere Probleme. Okay. Wir verlieren. Okay, geif ihn jetzt gerade an. Ich bin wieder da am Absturz. Ja, wieder. Oh. Oh. Du hast den Reigen verschossen, das ist immer schön. Komm jetzt da. So, jetzt hast du dich gefangen und jetzt kommst du rauf. So, schön. Sehr gut. Jetzt. Bei 300 Meter über Land haben wir es doch noch geschafft. Ja. Liebes Flugzeug, bist du kein Dusenjet, das steil rauf fliegen kann. So, wieder mal ganz ruhig ins Flugzeug kriegen. Ich probiere wieder Bomberabschnapp schiessen da jetzt. Ja, ja. Mach doch nur. Ich muss da zuerst einmal die Steuerung, also das Flugzeug im Griff behalten und wissen, wie es war. Das ist gut. Ich bin gerade in der Wolke. Deiner Seite bin ich nicht so gut. Ja. Jo. In das da. Ja. Wir müssen zuerst einmal wieder ein bisschen die Höhe gewinnen da. Ja, mach das. Schau nur um, ob du es nicht abschürzt ist. Weisst du, wo ich bin? Benzin-Anzeige, wo haben wir die? Benzin-Anzeige, musst du dir keine Sorgen machen. Ach so. So lange fliegen muss wahrscheinlich nie. Einmal habe ich bis jetzt die ganze Stunde lang gebraucht. Ok, er raucht, er verstürzt langsam ab. Ja, der Interceptor, unser Zerstörer. Ja, ich bin nicht alleine hier zum Glück. Ja, ich meine jetzt unsere Staffel, von uns zwei. Ok, ich bin ausgeschossen. Ich bin ausgeschossen. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr, ich muss zurück landen, schnell aufmunitionieren. Bist du noch in der Luft? Ja, ich bin noch in der Luft. Ok. Warte, ich komme dich geholt. Warte, ich komme mal zu dir rüber. Neun Kilometer, wuuu, was machst du da hinten? Ich probiere irgendwie mein Flugzeug so in die Höhe zu kriegen und auf Tempo zu kriegen. Ok. Aber du bist nicht angeschlagen? Oh, ich bin angeschossen, ich werde beschossen. Ok, also komm mit. Dann dreimal zu mir rüber. Dann gehen wir zurück. Ja, Moment. Dann gehen wir zurück zur Basis. Ja, jetzt gibt es noch eine Gaten und so weiter. Ja, komm. Oh ja, du brauchst. Oh ja, du brauchst. Wannst du wahrscheinlich zurück zur Basis? Ich probiere es. Ok. Richtig weisst du? Ich komme, ich bin gerade über dir. Nein, ja, warum? Ok, dann fliegen wir hinterher. Ich komme. Ich bin da. Ja, ich fliege jetzt einfach mal diesen blauen Zeug nach. Nach. Jawohl. Ich schaue, ich bin da bei mir. Ich fliege das Zeug ein bisschen um. Um zu fliegen. So. Ja. Ok. Ehrlich gesagt muss ich mir das... Jetzt schauen wir mal, ob der Flugplatz ist. Ja, da sind wir nicht schlecht. In die Richtung so fliegen. Sehst du mich? Ähm, noch auf der Karte. Ähm. Ähm. Du bist... Ja. Wir fliegen ja Richtung Osten, oder? Also Ost... Südost. Können wir sie gerade schon schauen? Ähm, ja. Ziemlich, ja. Also auf das viereckige Ding zu, oder? Ja, richtig. Auf das A dort, ja. Oder... Ah, ja, genau. Ja. Jetzt willst du mit mir noch landen? Gaut's dir noch gut? Ja, ja. Ja, wir müssen. Wir müssen aufminitionieren. Jetzt der Flugplatz selber. Wo ist der Flugplatz selber? Sehen wir da schon? Ähm. Flugplatz selber. Wenn du auf M drückst, dann fällt die Map, oder? Ja. Ähm, ja. Und der Mäus, dort wo wir landen können, wo jetzt das Flugzeugzeichen ist, unser Blaue. Das heisst, wir müssen jetzt ein bisschen abdrehen, jetzt noch ein wenig. Ähm. Blau. Und wie mir? Haha. Du bist jetzt im Moment, gerade du bist unter mir, gerade. Ein bisschen nach Dachs abdrehen. Ja, aber ich habe gemeint, wo bin ich auf der Karte. Okay. Ja, da vorne ist der Flugplatz, hm? Ja, ich sehe den Flugplatz. Du sehst ihn. Das ist schön. Ja. Du musst einfach, äh... Ich bin noch ein bisschen weiter oben da. Ich bin jetzt auf 1005 jetzt. Ja, ich bin auf 2. Aber gerade über dir. Ja, ich bin einfach über dir. Alles gut. Flugfest, aber Platz schon. Ja. Sehst du die anderen Blauen dort? Vorne? Vor uns, dort Lenk, Crown und so. Ja, außer Staub sehe ich. Die sind gerade gestartet jetzt, dort auf unserem Flugplatz. Ja, die sind gerade gestartet. Ja, außer Staub. Ja, da bin ich richtig. Ja, also da arbeiten wir, direkt landen wieder. Ja, du schon. Ja, du auch. Ja. Dorthin arbeite ich sicher, landen ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, also wenn du halbwegs heil runterkommst, dann kannst du sie reparieren, egal wie kaputt bist. Du musst einfach ein bisschen überleben. Ja, jetzt komme ich langsam runter, hm? 900. Wendigkeit ist gut. Also ich bin jetzt links, vor, über dir. Links, vor, über, ja, ja, ja. Also ich werde schon stimmen. Drei Kilometer, drei Kilometer. Okay, Flugplatz etwa fünf Kilometer noch. Ja. Ja, ja. Ich sehe zwar gerade nicht, wo wir drauf fliegen, aber ja. Doch, da vorne, siehst du die blauen, jetzt alle dort? Vorne dran. Da sind jetzt alle am starten und am landen. Ja, ja, das schon, aber ich weiss, ich weiss jetzt nicht, wo jetzt die Flugbahn genau anfängt und so weiter. Dort, wo jetzt, wo jetzt der andere runtergeht. Der Gibi, der ist jetzt gerade runter, der geht jetzt gerade runter dort. Ich glaube, ich bin zu tief, um das zu sehen. Okay, ich bin jetzt auf 500 und ich führe jetzt langsam, jetzt tue ich langsam die Landung einleiten denen. Alles klar? Wie machst du jetzt die Anfrage? Anfrage musst du keine machen. Das war einfach eine Meldung für mich. Okay, also ich gehe jetzt langsam runter. Ja, ich auch, aber am falschen Ort. Die Landebahn seist du jetzt aber, Ja, vor allem habe ich sie gesehen, ich bin gerade... Okay. Da waren ja am Weg zu gehen. Also. Landeanflug. Jetzt gerade Landeanflug da. Alles gut geht's. Ja, 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 ich auch. Okay. fange auf dem Feld runter. Okay. Hey, was schiesst du auf mich? Schiesst du auf mich? Ja, Landung. Okay, ich bin gelandet, aber... Ich bin aber so ziemlich an der falschen Ort. Jetzt bist du runter und jetzt kannst du nicht weiterfliegen. Das finde ich ja blöd. So. Jetzt, wenn du drunter bist auf dem Flugplatz, bist du ein bisschen geschützt. Also, jetzt sollte ich aufmunitionieren. Und du auch, oder? Nein, ich bin eben nicht beim Flughafen drunter, ich bin... Kannst du überrollen? Nein, ich bin irgendwo am Feld drunter gewesen. Ah, Scheisse. Okay. Aber ich bin gelandet. Okay, super. Aber fliegen kannst du nicht mehr jetzt? Nein, jetzt bin ich ausgestiegen. Okay. Gut, also jetzt bin ich... jetzt gehe ich wieder an den Anfallklappestellen und dann gehen wir wieder los. Ah, fernst du zu. Halt. Und los. Flieger? Wie viele haben wir noch Flieger? Ah, noch ein Flieger ist rum. Ein einziger Flieger noch. Das fände ich gut. Ja, Okay, guck mal. Ich lüge dir wieder... Ich lüge dir wieder zu. Und frisch Luft rein, schau. Also jetzt fernst du drauf. Ja. Links, ja, ja. Die Frau sehe ich auch. Hehehe. 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 So. So. Lannst du zu. Uargh! Ich kenne es fast nicht zu, Mann. Uargh! 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 Das sieht man jetzt. Da, da bin ich da oben. Okay. Da. 12. Dööö. Ist doof, dass ich dir da nicht in Dego Perspektive folge. He? Ah, kannst du nicht in Dego Perspektive schalten? Ah, kannst du nicht in Dego Perspektive schalten? Ah, okay. Ich glaube es nicht. Ja, das wäre eben cool, wenn du in Dego Perspektive schalten kannst. Ja. Ne. Zuschauer-Modus. Jawohl. Ja, nice. Wir möchten dir zuschauen. So. Schlägt dir auf den Kopf. Yeah, schau mal an alle. Was? Das feindliche Team hat alle Fahrzeuge verloren. Ah, ja. Ja. Was machst du jetzt da? Einen Absturz, oder was? Ja, nein. Ah, ist fertig. Sehr gut. Jups. Alles klar. Eigener Platz im Team. Nen. Mhm. Spielsträstig. Einmal, was? Tote. Einmal gelandet. Einmal Tote. Manu. Oh, wir waren in Staffel 1. So, so. Ja. So. Battle. Ja, nein. Warum nicht? Schreibt der Lauf. Warum auch nicht? Weiche Landung. Cool. Sehr schön. So, ich würde auch sagen, das war es gewesen mit dem Let's Play Multiplay Swiss Special. Danke an den Interceptor. Hat Spass gemacht. Bitte, bitte. Ich hoffe, dir auch. Tschüss zusammen. Jupp. Tschüss. Tschüss. HasbeTeles. Tschüss. Schuss. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020